Ein richtig schönes Tor, aber wie hat die Maria das nur gemacht? Der angetäuschte Schuss ist in FIFA 16 eine sehr effektive Finte, um die Gegenspieler ins Leere laufen zu lassen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert. Um einen Schuss anzutäuschen, ist es völlig egal, wie technikbegabt eure Spieler sind. Eine hohe Sternewertung bei den Spezialbewegungen kann aber helfen, dass der Spieler den Ball eleganter mitnimmt. Auf dem Feld drückt ihr für die Schusstäuschung im Lauf erst die Schuss und gleich danach die Pass-Taste. Zu schnell? Hier noch einmal verlangsamt. Im Lauf drückt ihr erst die Schuss und danach gleich die Pass-Taste. Mit diesem simplen, aber doch sehr feinen Trick könnt ihr den Gegner ziemlich durcheinander bringen und mit Richtungsänderung sogar ins Leere grätschen lassen.